u ja hallo ich hoffe ich möchte richtig aus wenn ich ganz nicht mehr nach deutschland jagen also rund durch die schweiz jagen ist also großem glück jockey gamer oder jockey gehen und ich kann es noch nicht ausbrechen ach ja das ist alles wieder so ist ich sage jetzt das heißt j g gama j g g j g g wir sind hier das kann noch jahre dauern wahrscheinlich bei den tempo aber macht nichts also du willst du bist mit abkommen kommen oder das kann was schwarzer wird es ist schon ein beta schnappen und mit abwunkern hier oder das kann ich kurz machen ich hätte schon sollen kurz die breiten drauf machen kostet zu viel geld ich glaube ich auch nur der 140 ps motor schwarzer also Hallo, du hast das Schraub. Also das GPS ist manchmal ein bisschen komisch. Ist der GPS-Kurs schon gespeichert? Ne, ich weiß schon immer ne Kurse. Der Speicherkurz den Kurs. Weiß du wie es geht. Ls-Profi. Ich habe nichts und das ist Ls-Profi. Ich habe nichts und das ist Ls-Profi. Ls-Profi. Uff Kaffe! Ah. Blias? Ja, was denn? Willst du uns mal die Geschichte erklären? Ich glaube, wir ist nur am Sprechen, du nicht. Ich hab keine Geschichten die ich erklären kann. Mach einfach hier. Soll ich das gleich in den Komposter reinschmeißen? Ja, oder? Ja, es ist immer noch voll der Komposter. intelligenz ist ein stein schütze sagen ja dann können wir ja dann gucken das geht aber nicht alles rein ja pumpen alles rein als er da wieder platz zum kumpelser dann ein bisschen wollen wir vielleicht nicht die zeit auf fünf laufen lassen dann hast du ich bin nicht zu zerstören wer ist immer als er er muss es ja er war bei uns hat es gesagt es ist ja ein Thema wenn sie geht in Deutschland das ist er muss ich eh für das Leben anmelden ich bin das bin ich halt immer ich muss immer abspeichern die zwei gehen einfach ja ich kann ja nicht abspeichern also nicht du kennst das passwort und alles scheiße mein ohr wacke ich will da war mann das war schon ganz so ein stuhl ich doch nicht es ist unnötig denkt man Luft zum holen das ist ja noch so etwas übertragen und wie viele Stunden hat er jetzt auf? mehr 8,5 ich hab das Gefühl ihr fahrt euch gegenseitig aufeinander es hat gerade geleckt bei mir ah es gibt natürlich mehr Sinn bei mir leckt es nicht 15 MS habe ich komische Ping-Sache von 30 geht er auf 150 hoch und wieder auf 30, 100 der gleichen Sekunde bei mir geht er immer auch von 30 auf 40, dann mache ich 50 am schlimmsten war es bei der ersten aber leute wenn wir die karte ausmachen dann seht ihr nicht was ich für ein pink habe die idee auch von mir aus können die sehen was ich für ein pink habe mir ist das egal da können noch 5000 hate kommentare darunter stehen ach also wenn würden jemals unter meinem video 5000 kommentare stehen dann sind es auch hate kommentare sind bitte gerne er wollte ja auch nicht kommentare auch nicht schlecht ja 5000 kommentare da muss ich ja auch mehr Aponenten haben bei mir kommt fast nie was unter den videos von kommentaren aber egal das ist immer irgendwie so du hast du hast nicht null Abonnenten aber es gibt hier keine Antwort ja und ich hab äh wirklich jetzt ohne witz ohne flachs habe ich äh in den letzten zwei wochen dann habe ich circa neun abonnenten bekommen neue und da schreibt sich einer was ist auch nicht schlecht aktive leute bei dir ja mal zwei stück also zwei stück wo ich kenne äh sie sollte die auch kennen der hat ja ein abo auch bekommen von dem gaming hd und äh karstie und sonst karstie hat ein bisschen mehr abonnenten als wir warum schiebt der ladewagen zu ja äh das drescher ist schon wieder voll alter bist du woanders ja du ich nö warum dass du jetzt erst den drescher siehst ne der drescher ist voll ja ey da muss ich niemand entleeren lassen hä was willst du jetzt mit dem sehen hä jungen das ist ja jetzt erst hier ja ein bisschen ich werde für uns sie die deutsche würde es dann können wir nicht so verstehen doch ich ich werde dir als die deutsch ne dann aus dem Schreiben ich habe auch kein deutsch das 90.000 Liter Stroh haben beim Lager der Euro das ist die Stelle wenn wir der bettet die bürger gebetet du moment war falsch umgekommen bocken gehen ich fühle mich gemobbt stopp mobbing erst mal die schönen dergung machen für karsten stahl das wäre eigentlich gar nicht so schlecht das feld 45 müsste angesehen werden für die mission 50.000 euro dann hast du auch ähm nie aber wird könnte die mission annehmen und einfach mit händen verlaufen lassen weiter natürlich ist das neuer der deutsch leute neuer neuer deutscher katholik sein deutscher katholik der deutscher drohe der doppel deutsch schießt bürger alles klar schön mit schrauben verzehrten lecker 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 hat er gerade über 70 km h mit dem deutscher das ist das original ja ist das legate ist das lecker ist das lecker nein nein deutsch zieh die junge los deutsch sagte doch zieh und er hört auf das ist siehst du hast den guten deutscher gestehr er hat sogar auf die Siste in der alle alle er muss er auf ihn hören ja eine Maschine hat immer auch nicht wird Maschine geschrieben ja überspringen einfach äh die mitbrechen ja kann man fast benennen fast äh mein Senbogen hört auch immer auf mich ui was siehst du? siehst du? er macht was er will, wenn ich mit dem Joystick um nein, dann macht er was hast du schon gesagt nein, macht er was ich will ne, du hast gesagt mach was er will ja alter he nicht wissen jörg mach die Ohren auf nein die Zeit haben wir bei der Folge schon äh, 12 Minuten jo man gehen die Minuten schnell rum wär's nicht schlecht, dass wir äh den Pack offscreen nachher runter rupen weil immer das gleiche zeigen, das geht ja nicht ja die 12 von die Mensch und von dementsprechend wir haben ja schon äh äh, drei Folgen also müssen wir nur noch zwei Folgen also dementsprechend vielleicht 30 Minuten äh äh, dementsprechend haben wir erst 11 Uhr warum sage ich die ganze Zeit dementsprechend der weiß den Sprechenden äh, das ist ein Sprechenden ist doch ein tolles Wort fast jeder Deutscher und jeder Schweizer sein Wort Schautsatz so es hat gelegt ja hallo hallo lass mich doch auch auf mein Bad das passt das passt das passt oh das passt schon oh da ist noch ein Stück da hab ich mich doch es passt nicht das passt nicht zu dem, äh, Feld Juck das! Hat mir jemand Juckpulver reingeschmissen müssen. Juckpulver! 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 Warte, ich bin echt. Was lachst du? Ich bin mit lach. Warte, warte. Hallo? Hallo, hey. Hallo, hallo, hallo. Nee, das hättest du sagen, nee. Nach der Folge. Es geht nicht. Was ist das? Nein, du weißt es nicht. Ich weiß, was geil ist. Oh Gott. Jetzt auch. Uff zum Endsport hier. So. Also, ich bin ein Mensch, Leute. Oh. Ich weiß noch was. Ich weiß noch was. Schade. Ich komme, ich komme mit Krawall. Oh. Okay. Dann hab ich noch mal einer Br hoo. Oder eine Kase? attention of it. Ich meine²e! Gott, das bleibt gut. Nicht mich mehr. Kann ich noch mal einen Kopf ausSH foot�? Ich habe nichts. Ich habe nichts. Ich hab mir vorzumund. Ich habe nichts mit ihm gegeben. Ich hab dich sehr Leute in Ordnung. wir hatten ja einer in der letzten Folge, wo hat nicht tschüss gesagt ja Sieh wie viel Zeit haben wir 15 Minuten jetzt ja so ok schweizer Swaggart voll ein wegen dir Swaggart am Essen und da ich weiß, kennt ihr Berliner Berliner zu essen ja 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 klar klar ja ja ich hab schon reingebiss und musste schlafen du weißt 1 ja es ist mein T-Shirt voll mein Tastatur ist jetzt voll bei Lenzer auch geil danke das ist ja mal gelohnt naja, ich wollte es sich ja richtig gelohnt also du hättest du siehst, ich bin äh wie äh ich bin mir mal Gott gefahren aus nee, Starsky und Hitch warte ist ein Blatt jetzt wieder auf Deutsch ist das der Film? nein, schocker Idioten ja, was, was, was erst das ist der Film, Starsky und, äh, hab ich echt? hahaha gab es da hier und ist und as Prozent das ist ein Jahr immer bei uns die die Magen auch morgen die er zu dem Film wie denn wer ist er denn ja ich hatte für die Erschung er ist mit dem Prozent Oldtimer Autor ich will euch später den Namen nicht nennen ist ist glaube ich aber es wird er weiß ich nicht gerade mehr als abholen wie wie er ist oder ist und so lange Kasselungen ist das Tier und Hitsch nachher oder Hutscher Hütter so jetzt erstens wird das Wasser keine Würde und der ist jetzt mit seinem abgesprungen von so einem Prozent Sprung Schatten und ist auf dem Boot gelangen und er ist das ich habe jetzt das geschafft von der Straße Indien mit sie in die es ist Prozent bei den Strömung Prozent soll Grafstorien Proben wenn die Strömung Prozent da habe ich an dieser Stelle so und ich bin wie aufs Feld gelandet Leute. Ja, er ist wieder auf dem Pferd gelandet. Das müssen wir doch feiern. Und ich bin fertig mit dem Säge. Ansehen. Und das drei Folgen. Macht nichts. Gut, das war's hier. Bist du uns eine Geschichte, ja? Moment, Moment. Äh, Alter. Muss ja jeden hier Tschüss sagen lassen. Ja, er wäre gerade da. Ja, ich weiß, du bist auch so schlau wie ein Stück Brot, oder? Mach, 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 mach. Ich hab meinen Tank ausgesucht, weißt du? Ach so, ah. Du hättest geschrieben. Mit elf, oder was? Na los? Na los, ja. Gut, das war's in dieser Folge. Und ich würde sagen, ich sag mal, alle auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Oder immer morgen, oder sowas. Ich bin da. Tschüss. Tschüss. Jetzt hoffe ich, dass die Aufnahmen ein Jahr hat. Tschüss. 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 Vielen Dank.